Als Mild-Hybrid startet der Opel Frontera bereits ab günstigen 23.900 Euro. Rein elektrisch geht es los ab 28.990 Euro und dann hat das Fahrzeug bereits eine umfangreiche Ausstattung. Es gibt für uns nur einen Grund, die GS-Version zu wählen, wenn man wirklich sieben Sitzplätze benötigt. Während die Leasingraten für den Hybrid ab 259 Euro starten, geht es ohne Anzahlung bereits ab 299 Euro elektrisch durchs Land. Wir tun nun so, als wollten wir unbedingt sieben Sitzplätze haben und rein elektrisch fahren. Dann kommt aktuell, zumindest laut Preisliste, nur der Opel Frontera GS mit seinem 83 kW starken Elektroantrieb in Frage. Mit einem Basispreis von 32.490 Euro als GS-Version bietet er bereits eine beeindruckende Liste an Serienausstattungen, die den hohen Ansprüchen moderner Fahrer gerecht werden. Doch wir wollten heute noch mehr. Wir konfigurieren den ultimativen Opel Frontera Electric. Damit hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive, eurem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Magazin. Ihr findet uns im gut sortierten Zeitschriftenhandel, aber natürlich auch online bei Readly & Co. Der Opel Frontera Electric präsentiert sich als moderner, kompakter SUV. Die Fahrzeugabmessungen betragen 4,36 m in der Länge, 1,80 m in der Breite mit eingeklappten Außenspiegeln und eine Höhe von 1,64 m bzw. 1,66 m mit der Antenne. Der Radstand misst 2,67 m. Mit einem Wendekreis von 11,5 m lässt sich der Frontera Electric auch sicherlich gut in engen Stadtstraßen manövrieren. Der Gepäckraum bietet eine Kapazität von 460 Litern bis zur Gepäckraumabdeckung und die Höhe der Ladekante liegt bei 77,6 cm. Der Elektromotor liefert eine Maximalleistung von 83 kW, also 113 PS, und ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 140 kmh. Die Beschleunigung von 0 auf 100 kmh erfolgt in 12,1 Sekunden. Die Reichweite beträgt gemäß WLTP 305 km, beim kombinierten Stromverbrauch von 18,2 bis 18,5 kWh auf 100 km, je nach gewählter Ausstattung. Innerstädtisch sind da sicherlich noch mehr möglich. Das Fahrzeuggewicht inklusive Fahrer liegt bei 1514 kg, das zulässige Gesamtgewicht bei 2030 kg und die gebremste Anhängerlast bei 350 kg. Die Batteriekapazität von 44 kWh kann an einer Wallbox, also AC, einphasig in ca. 7 Stunden 45 Minuten und dreiphasig in ca. 5 Stunden geladen werden. An öffentlichen DC-Ladestationen mit ca. 100 kW ist die Batterie in nur 26 Minuten wieder von 20 auf 80% State of Charge geladen. Das Fahrzeug besticht durch sein elegantes Design mit Hochglanz-Schwarz-Außenspiegelgehäuse, einem Dach in Kontrastfarbe schwarz, also zumindest bei der GS-Ausstattung und stylischen 17-Zoll-Leichtmetallrädern, die Grut heißen. Im Innenraum sorgen Intelli-Sitze mit Ergo-Funktion für Fahrer und Beifahrer, ein veganes Kunstlederlenkrad und hochwertige Stoffpolstern für hohen Komfort und Wohlbefinden. Der Frontera Edition GS bietet umfassende Sicherheitsfeatures wie ein Airbag-System, ABS, Berganfahrassistent, ESP, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, der Müdigkeitserkennung und ein Todwinkelwarner. Diese Systeme tragen maßgeblich zur Sicherheit von Fahrer und Insassen bei. Mit LED-Tagfalllicht und LED-Scheinwerfern, einschließlich Fernlichtassistent und LED-Blinkern in Außenspiegeln, ist für optimale Sicht bei allen Bedingungen gesorgt. Die LED-Rückleuchten sorgen zudem für eine gute Sichtbarkeit von hinten. Das seriemäßige 10-Zoll-Fahrer-Info-Display bei der GS-Variante und der 10-Zoll-farbte Touchscreen ermöglichen eine nahtlose Integration von Smartphones über Apple CarPlay und Android Auto. Opel Connect, digitaler Radioempfang, DAB Plus und Wireless Charging runden das Infotainment-Angebot ab und bieten höchsten Bedienkomfort und Unterhaltung. Klimatisierungsautomatik mit Aktivkohlefilter sorgt für ein angenehmes Innenraumklima. Elektrische Fensterheber, ein Bordcomputer, die elektrische Servolenkung, eine Mittelarmlehne mit Ablagefach und eine elektrische Parkbremse sind nur einige der vielen komfortablen Ausstattungshighlights. Der Opel Frontera Electric GS ist mit einer 44 kWh Batterie ausgestattet, die eine alltagstaugliche Reichweite bietet. Das Laden ist via CCS oder Typ 2 möglich, einschließlich eines seriemäßigen 7,4 kW Onboard Charger. Da sehen wir den ersten Punkt zur Feinjustierung, welches glücklicherweise aber optional auch geht. Wer den 7-Sitzer haben möchte, der muss sich aktuell sowieso für den Opel Frontera GS entscheiden, denn nur hier gibt es die optionale dritte Sitzreihe mit zwei zusätzlichen Sitzen zu konfigurieren. 800 Euro kostet diese Option, die neben den beiden Sitzen noch zusätzliche USB-C-Schnittstellen mit sich bringt. Der doppelte Laderaumboden entfällt. Mit dem Komfortpaket, welches beim GS genauso wie das Tech-Paket schon enthalten ist, erhalten wir die Intelli-Sitze für Fahrer und Beifahrer mit den Ergo-Funktionen, höhenverstellbare Kopfstützen vorne, Sitzheizung, Lenkradheizung sowie die Klimatisierungsautomatik. Eine Farbe, wir haben uns mal für Arctic Weiß entschieden, kostet 400 Euro Aufpreis. Metallic Lackierungen kosten 600 Euro und das schöne Orange ist kostenlos dabei. Und nun kommen wir zum vermutlich wichtigsten Punkt. Für schnelleres Laden empfehlen wir den dreiphasigen 11 kW Onboard Charger. Die 400 Euro Aufpreis sind für uns ein No-Brainer und somit ein Pflichtkauf. Rechnen wir zusammen, dann lohnt sich eigentlich nur der Opel Frontera GS, da er viele Optionalitäten bereits mit sich bringt. Allerdings wechseln so anstatt 28.990 Euro später auch schnell 35.090 Euro dem Besitzer. Dann allerdings mit sieben Sitzplätzen und einer vollumfänglichen Ausstattung. Der Konfigurator ist ab heute online. Schreibt uns doch mal euren Preis in die Kommentare. Und auf was wollt ihr bei einem Fahrzeug nicht verzichten? Wir lieben den Dialog mit euch. Und bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen aus der Electric Drive-Redaktion. Bis zum nächsten Video, euer Jens. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020